In unserer Bürgermeister-Serie sprechen wir heute mit Frank Werner, dem Bürgermeister von Angelbachtal. Erstmal einen schönen guten Abend Ihnen. Schönen guten Abend des Angelbachtal. Herr Werner, Sie werden sicherlich auch gestern Abend auf das große Konjunkturpaket der Bundesregierung geschaut haben. 130 Milliarden Euro auch in den Kommunen soll einiges ankommen. Peter Kurzer, Oberbürgermeister von Mannheim, sagte mit Blick darauf, dass die Maßnahmen zur Bewältigung der Krise Chancen für dauerhafte Veränderungen schaffen. Würden Sie so zustimmen? Sehen Sie auch da eine Hoffnung für die Kommunen, gerade für Ihre? Das glaube ich schon. Also es ist, denke ich, sehr wichtig, dass jetzt gerade in dieser Zeit wir auch wieder in der Wirtschaft durchstarten, dass wir wieder Fahrt aufnehmen und da kommt das Projekt absolut richtig, zur richtigen Zeit jetzt auch. Was muss denn auch tatsächlich geschehen oder wo, glauben Sie, ist es wichtig, Stellschrauben in den Gemeinden anzuziehen? Wichtig ist, dass wir unsere Investitionen, die wir jetzt die ganze Zeit geplant haben, auch durchziehen können, fortsetzen können und Projekte, die wir geplant haben, auch angehen können. Das ist wichtig. Ich denke, das wäre jetzt ein fatales Zeichen, wenn wir die Investitionen, die wir quasi in der Warteschleife haben, jetzt stoppen würden. Das wäre nicht der richtige Weg. Von daher kommen jetzt auch die Ankündigungen, die wir vom Bund jetzt hören, auch genau aus der richtigen Richtung, gehen in die richtige Richtung. Wir hatten es ja gerade eben im Beitrag gesehen. Die Dame darin sagte, sie wolle die Gelder, die zusätzlichen, am liebsten auch regional einsetzen, also sprich die regionale Wirtschaft auch dann unterstützen. Spüren Sie einen solchen Zusammenhalt auch bei Ihnen? Gibt es da ähnliche Äußerungen? Also wir sind hier im Greichgau und wir sind natürlich jetzt immer an der Grenze auch des Ballungszentrums. Und unsere Sicht der Dinge ist, dass natürlich jetzt auch einen fairen Ausgleich zwischen den ländlichen Gemeinden und den Städten findet. Von daher ist es dann natürlich für uns auch wichtig, und da werden wir auch genau drauf gucken, kommt das Geld dann auch bei uns adäquat an? Da sind wir gespannt. Kann man im Moment jetzt noch nicht sagen, aber ich denke, was wir hören, das geht in die richtige Richtung. Wir scheinen nicht vergessen zu werden. Wofür Ihr Angelbachtal absolut bekannt ist, das sind die Highland Games. Die sollten eigentlich in einem Monat stattfinden, sind für dieses Jahr abgesagt worden. Wie bitter wiegt denn auch das? Das ist für uns sehr bitter. Wir sind ja als Eventgemeinde, als Kulturgemeinde nicht nur mit den Highland Games in Rennen. Wir hätten jetzt am Wochenende unseren großen Pfingstmarkt gehabt, immer irgendwo zwischen 30.000 und 80.000 Besucher am Wochenende. Das mittelalterliche Spektakulum, Schlossberg-Serenade des Rhein-Neckar-Kreises, das fehlt uns alles. Was natürlich jetzt gerade in Sachen Pfingstmarkt auch von erheblicher finanzieller Bedeutung für unsere Vereine ist, da sich die über den Pfingstmarkt finanzieren. Das trifft uns auch in der örtlichen Gemeinschaft natürlich sehr hart. Mal ein ganz anderes Thema. Ich weiß nicht, ob Ihnen diese Frage so schon mal gestellt wurde. Fritz Brandt, Ihr Amtsvorgänger, der ist knapp 30 Jahre im Amt gewesen. Streben Sie eigentlich eine ähnliche Dauer an? Also ich bin froh, wenn ich jeden Tag gesund aufstehen kann und mit Freude mein Amt verrichten. Und da muss man dann auch immer von Tag zu Tag und von Jahr zu Jahr sehen. Also ich denke aber, meine Restlaufzeit wird nicht die 30 Jahre erreichen. Aber so oder so wird offensichtlich Kontinuität in Angelbachtal großgeschrieben. Erstmal herzliche Grüße Ihnen, Herr Werner, und beste Grüße natürlich auch an die Bürger in Angelbachtal. Herzlichen Dank Ihnen.